recht herzlich willkommen zur 137 folge von city skylines ja letztes mal hier den nahen sagt schon öffentlichen nahverkehr gemacht so heißt es und ja da müssen wir jetzt mal gucken wie weit waren wir denn da die letzte linie hier oben gebaut die fährt da also auch ein da fährt einen da fährt einer das ist die frage wo vor irgendwann das neu erschließen müssten ja ja schön hier noch was rüber zu ziehen vielleicht oder da und nach da man dann sollte es hier auch anderweitig erschlossener ist der busbahnhof das kann ich hier ist eine autobahn da kommst du mit der straßenbahn ja sowieso nicht rüber oder aber man könnte auch tag rüber gehen so wäre ja nicht also nur straßenbahn wäre möglich müsste man dann noch mal überlegen ob man das macht also hier durch da lang über diese straße geht glaube das ist eine normale wäre also gut hier rüber zu kommen hier so vielleicht hier da lang oder da lang ich würde jetzt tendenziell hier lang machen ist die frage ob wir das machen dass die frage und dass die oberen straßenbahn wäre jetzt zwei sprüge straße so ja dafür die straßenbahn schon lang ist noch da da fährt sie nicht lang ich könnte sie nicht mehr das wäre doch die da lang zu machen hier ist ja also da weiter bauen würde ich sagen dass man das machen so und dann da genau und dann machen wir straßenbahn gleis hier aber abbiegen müsste müssen zwei häuser weichen ist halt so machen wir darüber erledigt dann wieder hierhin und wir fahren dort weiter hier müssen wir dann vierspurig werden geht das alle so wie wir es wollen ich glaube schon das war die hoch und runter geschichte gerade so wir fahren mal wie weiter dass die frage ich glaube schon hier lang bis dahin auf die auf jeden fall und da drehen wir dann machen da wieder zweispurig weiter da lang da lang dort lang und da geht es wieder vierspurig dann kann man jetzt die bushaltestellen häuschen bauen da fahren wir hinten los wo fährt eigentlich diese linie her ach so ok eine linie muss nicht zwingend hier am depot anfangen die muss da nur raus können wo waren wir jetzt hier mit der brücke über den hier sind wir ok dann fangen wir mal ganz einfach hier an da unten ist eine kommen wir hier rüber waren hier in da ok dann fangen wir jetzt hier an ok auch egal hier auf der höhe brauchen wir auch gar nicht mehr haben wir hier anfangen hallo ja auch schön wenn sie jetzt das zweite stückchen hier haltestelle hinzufügen geht nicht warum nicht ich doch gerade hier gebaut ach da fehlt ein stück alles klar gut dann wird es wohl gehen ja schön wäre es gewesen warte mal dann machen wir die ja das ist jetzt eine alte steine jetzt weg wird ja wo ist jetzt die andere geblieben die ist auch weg oder wird man an also hier geht es los ja jetzt geht sowohl da lang immer schön rechts rum oder da ja ja da ja ja da da ja ja da wo ist hier einer da ist schon einen nehmen wir die auch da lang da dort lang dann lasse drehen da da lassen wir aus darüber und schließen wunderbar mal da auch noch eine gebaut ja das denke ich mal sollte dann auch da reichen jetzt wäre noch hier oben vielleicht noch interessant eine hinzuziehen depot ist hier hier einfach rüber und dann da lang oder dadurch ich glaube dadurch so und da muss man natürlich die straße wieder austauschen dann das passiert da mit dem werkzeug hast kann ich jetzt darüber fahren nicht nur das ist sehr schade noch die kann doch nicht nur jetzt hier oder was ist mit dieser brücke rott ist bereits belegt das ist aber schade wenn er bereits belegt ist wie sollte ich denn da runterkommen da ist aber keine straßenmaschine oder das ist aber doof wie kriege ich das dann hin gar nicht oder was kriege ich das kann ich eigentlich wegnehmen kriege ich das mit dem tool von da nach da gebaut nicht wirklich oder doch das wäre jetzt das das macht er sogar okay dann müssten wir jetzt hier rüber fahren weiter warte mal dann würde ich das aber noch mal zurück bauen wir wollen und kann man das da unten da ändern das würde ich dann auch nicht da haben okay das ist so geändert aber das war jetzt nicht das was ich eigentlich wollte so ist jetzt eine vierspurige straße zu bauen diese muss ich mal einen runter okay die sieht jetzt ein bisschen anders aus wie die wir vor hatten aber das ist halt so wo war denn die lieber gar nicht hier ne diese anders aus die stelle die da wohl war ist jetzt wieder angeschlossen ja dann müssen wir jetzt wieder her gucken da geht dann die autark strecke los und die ist schon da oben das passt schon und da müssen wir auch oben bleiben weil wir über die dinge ins wollen das sieht gerade noch nicht so gut aus wir wollen ja hier rüber da war es gerade blau am flickern dann nehmen wir darüber mit so und dann da runter wieder passt und dann die nähen das ist viel spruch hier oder her ist immer nur gucken das machen wir wieder vier spruch ich dann und dann müssen wir das mal aufwerten das ist nicht schlecht dann hier ein stück bauen darüber dann wiederum den und den drehen wir dann da das eine vierspurige und das müsste dann fertig sein ja dann wollen wir nur noch eine linie zu bestellen die basteln war dann hier hin macht er jetzt nicht da da hier eine hin ups da war die falsche taste da eine hin da eine hin hier auch eine hin da brauchen wir nur einmal eigentlich anhalten dass mich blödsinn die zweite haltestelle da 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 dort und irgendwo können wir jetzt gleich hier schließen naja da und dort und dann ist die linie auch fertig jetzt wäre noch schön gewesen hier rüber aber ich denke mal zu viel ist auch nicht erstmal gut wir lassen das erstmal so vielleicht werden wir später noch mal was basteln naja aber dass du erstmal rein die u-bahn muss ja auch noch funktionieren die linie hier ist jetzt eigentlich schon so eine parallele straße zur u-bahn weil die ist ja auch hier am laufen ist denn hier eine alte stelle ja ist dann schon fraglich ob es das gebracht hat naja aber ist halt so gut dann würde ich aber sagen soll es für die folge auch wieder reichen wo wir sind ja ganz schön in den miesen am laufen und wir haben auch gerade kein geld das ist ganz schlecht da müssen wir natürlich gucken dass wir das wieder in den griff kriegen die leute ziehen uns gerade weg das war natürlich jetzt auch teure projekte wahrscheinlich industrie ist verlangt noch ein bisschen so dann müssen wir gucken dass wir das irgendwo hinkriegen vielleicht reißen wir gerade noch ein paar häuslein ab die hier so stehen und abgerissen werden wollen die dreckigen dd unbewohnbaren das ist jetzt nicht gut daher da fehlt irgendwas sie war friedhof mäßig was sind fehlt dann glaube da müssen wir mal jetzt das weg nee das war schon richtig so zum reingucken ein verstorbener muss transportiert werden wird das ist schlecht dann müssen wir jetzt gucken dass wir das mit dem sachen oder hinkriegen die jetzt hier gerade nicht gut laufen wie ist denn hier mit versorgung und friedhof ich sehe schon hier sind alles gerade so schilder kein platz mehr ne das war das ne ne budgetfenster aufrufen gebäude in andere einrichtungen werden ok hier brennt überall die feel sehe ich natürlich auch keins ne da da ist auch noch einer alle vor das schlecht muss hier einer da der aber nicht voll der auch nicht hier sind auch zwei voll was ist da haben wir das jetzt hatte ist da hoch kann uns gerade nicht leisten da ist auch einer hier ist auch einer dahinten noch mal zu überall ist gerade nicht gut hier sieht man auch laufen welche voll immer auch lernen man die jetzt nicht richtig angeklickt das war schon richtig das symbol schlecht wir sind das was man zwei dann ist der ganze müll in der stadt auch der da ist da freut natürlich auch kein hier zu wohnen hier die sind alle voll deswegen zeigt er eben auch das übermäßig anwalt zu viele voll waren und dann packt er die alle zusammen wahrscheinlich gut und den da auch noch was ist hier kriminalität und den da auch noch die sind jetzt gerade alle gemacht irgendwo noch was zu sehen gerade nicht wirklich oder uns bei stadion hier fehlt es an arbeitern hier auch und es will aber keiner gerade hier bleiben das ist das problem wir auch fast kein geld mehr wahrscheinlich weil die straßen waren jetzt zu teuer das ist nicht gut da hinten fehlt es wasser und das ist dann so zu machen dann ist da auch wasser das ist sogar ein friedhof oder was da eigentlich gar kein was sein muss vielleicht naja jetzt auch egal gucken wir weiter was hier noch so ist läuft gerade ganz schlecht da ist noch ein friedhof der gemacht werden muss da oben ist kriminalität am wachsen ja alles alles alle friedhofe voll das ist unser problem vielleicht den ein oder anderen noch bauen hier ist auch noch einer voll da unten den noch mal machen so guck mal hier 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 fehlt sowieso glaube oder können wir da einen machen hier fehlt sowas auch da will aber gerade keiner hin weil wir kein geld haben wahrscheinlich können wir uns nicht leisten 8000 Baukosten doch würde gehen ok komm jetzt ist schon eine nachfrage wieder ja das sieht so ein bisschen nach kredit aus ne oder kriegen wir den ja komm aber das machen wir in der nächsten folge würde ich sagen ich bedanke mich erst mal recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss 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 Vielen Dank.